Ja Leute, da wären wir wieder zu einer weiteren Folge Agaio. Ich gehe mal gleich wieder rein und rede heute mal wieder ein bisschen über meinen heutigen Tag. So wie immer eigentlich. Und ja, ich hoffe mal, dass das heute auch mit dem Sound wieder alles passt. Da hatten wir jetzt ein paar Probleme leider in den letzten Tagen. Und ja, aber ich denke mal, es müsste jetzt eigentlich funktionieren. Wenn nicht, dann muss ich es eben nochmal kommentieren. Naja, ist dann immer ein bisschen blöd, ich weiß nicht. Ich mag es immer nicht, alles doppelt machen zu müssen und dann nochmal dasselbe zu sagen. Aber es ist halt manchmal im Leben so, es ging mir schon öfter so, dass es so Probleme gab mit dem Mikro oder sowas. Naja, aber mal ganz was anderes. Und zwar, was ist heute so los gewesen? Im Prinzip war es, ja, es war wieder scheiß Wetter, hatte ich ja schon gesagt und gewusst gestern. Und es wird wahrscheinlich auch den ganzen Urlaub jetzt noch weiter so gehen, leider. Und allerdings, ja, haben wir da heute den Tag genutzt. Heute war ja Samstag, das heißt es war An- und Abreisetag für andere. Und da haben wir gedacht so, jo, da gehen wir in ein Erlebnisbad. Denn am Anreise- und Abreisetag werden da vielleicht nicht so viele Menschen sein, ne, selbst wenn es regnet, weil die einfach alle gerade auf Achse sind. Aber ne, es war natürlich trotzdem richtig überfüllt, einfach, ja, weil es draußen halt kalt ist und schlecht. Und da wollten halt alle irgendwie trotzdem baden und sind dann da hingegangen. Und es war natürlich mega teuer, ne. Und das ist natürlich blöd, wenn man Urlaub am Meer hat, dann ist die ganze Zeit scheiß Wetter und dann muss man sowas machen. Ist natürlich nicht so geil. Aber, naja, es ging in dem Moment nicht anders, sonst hätten wir gar nicht mehr baden können. Und, ähm, ja, deswegen haben wir es halt so gemacht. Ich war auch ein paar Mal rutschen auf diesen großen Dingern da. Äh, war auch ganz spaßig eigentlich. Ähm, ja, also so die fetten Rutschen. Das war auf jeden Fall geil. Es gab so sechs, sieben, acht Rutschen. Ne, sogar acht oder neun, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren es einige. Ich habe sie nicht alle benutzt. Ich habe nur drei benutzt. Ähm, und zwar einmal so eine Turborutsche. Äh, die ging halt ganz schnell. Und die war halt sehr, sehr kurz nur. Dann noch eine andere Turborutsche, die war offen. Die eine war geschlossen. Also, die ging dann außenlang, außerhalb vom Gebäude. Und die andere war halt offen. Und dann noch diese lange Rutsche. Das war so ein Black Hole, hieß die, genau. Und, ähm, ja, da ist es quasi einfach so übel schwarz drin. Und, ja, habe ich auch schon in meinem Leben schon mal öfter gemacht. Und war eigentlich auch ganz cool. Und, ja, dann gab es noch so ein paar Wellness-Sachen. Und so ein bisschen Zeug. Allgemein war es sehr laut in der Halle, Alter. Das ging ja gar nicht. Die Kinder haben da geschrien wie sonst was, wie am Spieß. Das ging überhaupt nicht. Den ganzen Tag hast du dieses Geschrei im Ohr gehabt. Das war einfach nur schlimm. Ja, und ansonsten, was war dann noch so los abends? Ne, beziehungsweise abends nicht. Ähm, wir sind dann auf jeden Fall noch Mittagessen gewesen. Also dort war auch nicht so geil das Essen. Aber, naja, ist halt so, ne? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall ist dann eigentlich nicht mal viel los gewesen danach. Dann noch so ein bisschen shoppen. So eine Stunde oder so. Aber auch nicht so viel. Also nicht in so vielen Geschäften gewesen, wie zum Beispiel letztens Mal, wo ich schon mal von erzählt hab. Das war heute nicht so viel. Und, äh, ja. Ja, ansonsten war eigentlich auch nicht allzu viel los. Das war's eigentlich schon vom Tag. Nachher ist noch EM-Spiel. Das will ich auf jeden Fall gucken. Weil heute ist Deutschland. Und, ähm, ja. Da hab ich auf jeden Fall Bock drauf, das nachher mal anzugucken. Schauen wir mal. Ähm, morgen werde ich wahrscheinlich erzählen, wie's ausgegangen ist. Und, äh, ja. Ich hoffe natürlich, dass Deutschland weiterkommt. Ist natürlich keine Frage. Und, ja. Dann gibt's noch was zu erzählen? Ich weiß gar nicht. Heute ist eigentlich nicht mehr viel los. Ich nehm heute mal endlich ein bisschen früher auf. Wird da auch immer Zeit. Ähm, sonst nehm ich ja immer erst so übel spät auf. Aber heute ist es erst 19 Uhr. Beziehungsweise viertel acht vielleicht. Aber ist ja egal. Macht ja keinen großen Unterschied. Alter, wie groß ich noch war grad kurz. Lol. Ähm, ach du Scheiße. Jetzt frisst er mich einfach direkt wieder. Ähm, auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Ach, shit, man. Ich vergesse ja immer alles. Boah, da wäre ich sogar durchgekommen. Äh, na, das war's auf jeden Fall. So, ne. Mehr gibt's nicht zu sagen. Vielleicht gibt's morgen wieder mehr zu erzählen. Obwohl ich hatte heute sogar mehr zu erzählen. Als gestern zum Beispiel. Äh, das war heute schon wieder ein bisschen besser. Und ich denke mal, dass das auch so bleiben kann. Ja. Muss natürlich nicht. Man weiß natürlich nie, wie viel man dann am Ende darüber auch erzählen kann. Und es ist halt immer so das Problem. Was kann man erzählen? Was kann ich jetzt sagen? Was nicht? Manche Sachen sind mir dann halt doch zu privat. Und da lasse ich dann halt auch viel weg. Ähm. Weil es sich einfach nicht eignet. Ja, aber man kann sicherlich auch das ein oder andere sagen zu manchen Themen. Ich versuche in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal mir was noch zu überlegen. Was ich hier noch so labern kann. Wäre auf jeden Fall cool. Wenn wir da was Schönes finden. Und dann sehen wir uns, denke ich, in der nächsten Folge wieder. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Und, äh. Tschüss. Ich lasse mich noch fressen. Wie immer am Ende. Ach, ich bleibe einfach hier stehen. Der wird mich schon finden. So. Schön. Dann, äh. Ja. Tschüss.